Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mario Kart 8 und wir fahren die knochentrockene Dünen ab. So, dritter Part von Mario Kart 8. Mal gucken, ob das Mikro jetzt so angenehm ist, wenn es angenehm ist. Ich guck mal es mir danach an. Ich habe mitbekommen, dass ihr im ersten Part meinen reinpusten gehört habt, was ich natürlich nicht in Absicht mache. Ich kann auch mal meine Seite pusten. Das ist auch wunderbar. Beim zweiten Part hat man es halt nicht so stark gehört. Aber da hat man mein Kartoffel gehört und zwar so. Das hat man gehört. Und das ist natürlich auch nicht so geil und wir fahren gegen drei Japaner Troll. Einer kommt aus Osaka, Tokyo und Kanagawa. Wir fahren wieder Rosalina mit unserem Bike, was wir im ersten Part hatten. Weil ich das einfach am besten finde. Und ich fahre den Chip-Chip stramm, was ich gar nicht wollte. Und ich labere einfach gerade mit Dunsass und es überhaupt nicht weiterhilfe. Und es ist alles schneller als wir, dass ich überhaupt nicht geil finde. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und ich fahre nie Items vor die Nase weg. Das finde ich natürlich... Ups, ich habe mich verklickt. Aber das ist mir... Entschuldigung... Relativ... Stimmt. Ich denke, mich und uns wieder auf. Hoffentlich. Ich... Ach, das war noch was. Ich mag mich jetzt nicht finden. Und... Nun, man kriegt ja so sicher nicht die Idee, ne? Ist das jetzt ein Weibchen da vorne oder nicht? Kämpfung ist ja schlecht. Bombe. Eikos Bomben. Oh, Schatz. Hier habe ich die Kurve nicht... Hier habe ich die Kurve nicht gesehen. Das ist natürlich relativ... Egal nicht. Ich würde zwar sagen, ich würde doch echt die... Dings überlassen, was wir als nächstes sagen. Auf der Weibchen halt aufnehmen. Aber nein. Äh, da ich, ähm... Sehr schnell vorbekommen... Sie können weiden. Trotzdem, weil zum Vorschein neben Weinballe. Ich habe jetzt bloß mal so im Freundeskreis, außer wegen die 8. Sollt berufen werden, ne? Also... Ich habe mich verliegt. GG. Ich will gar nicht bestellen. Dankeschön. Oh, dann wollen wir mal eine Blupalo schicken. Bombe werfen. Niveau. Kupap Shell. Bash. Den auch noch, den auch noch. Und okay. Gegen die Wand klatschen. Weil ich ein kleiner Kack habe. Wichtig. Und schon bin ich 6. Alter. Alter. Ich komme wieder 8. Überhaupt nicht. Klar. Ich kann auch einfach alles drauf hämmern, was ich habe. Aber ich kann so nicht bauen oder nicht. Okay, ich glaube, wir kommen wieder nicht. Bitte keine Nacht. Danke. Oh, wie ist es, nur was das ist. So wie ich habe, diese Versuchungen zu kürzen. Vielleicht bin ich natürlich immer wieder in der Ferne. Geh weg! Oh man! Ne, muss natürlich nicht. Der ist schuldig. Also klar. Ja, jetzt muss ich auch noch. Da geht's drauf. Ich bitte mich für alle noch crazy weg. Wo kommst du denn hin? Leute! Läuft bei uns. Das ist nicht so toll. Aber wir haben zwei Punkte bekommen. Das passiert, wenn ein Noob Mario Kart 8 spielt. Und wir haben einen Blick-Screen. Das ist interessant. Instrumentale Piste. Ich mag die Schrecke einfach. Äh, was können wir hier denn machen? Wir können hier auch chatten. Diese Nachricht ist zum Beispiel total sinnlos für Trees, weil wir müssen zuerst die Schrecke wählen, damit wir schreiben können. Das können wir nicht mehr schreiben. Und die ist nie so doll. Die Beine machen mir ein bisschen Angst, der Kerl. Kann ich ihn antippen? Man kann nicht mehr antippen. Der da im Weißen. Der trägt nur den Weißen. Mit seinem komischen Face da. Vielleicht finde ich den Namen hier. Was denn? Er... Der mit dem Frauenzeichen da. Also das für eine Weib, die steht. Ist doch das, ne? Ich wechsle die Beine immer. Wo ist der andere oder so komisch aus? Gut, den sehe ich nicht. Gut, wollen wir auch nicht! Ich weiß schon, ich stehe sowieso alle weg. Und ist sie in aller Arme vorbei! Er bleibt bei uns! Ich bin einfach so grottig. So. Ach, Rosalina. Ach, Mario. Was macht die beiden denn da? Shiny-Instrormma-Sächen? Opa! Ach will der! Er wird Ihnen richtig Werfen. Die willst dúende? Aber ich kann damit hier. Ja welch. Sieh? Nein! Ich hab mich ganz sehr gefühlt. Will Ihrminberecht? Du gehst mir auf den Piss, du gehst mir auf den Piss Du kommische Blobee, 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 Blobee... Blobee, 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 Blobee... Komm, bitte. Ich mache mich heute mit den Pilz auf, bitte? Oh, Gott. Ich dachte, ich will zu seinem Panzer zu aktivieren. Alter, wie viele fahren hier mit Rosalina? WCF! Neh, jetzt mal ehrlich. Das ist so krank. Ja, Pils. Hier noch eine, aber dann bin ich mit Rosalina. Das ist ein kleiner Unterschied, ne? Ja, Bärscht euch beide weg von mir. Das ist ein kleiner Eindruck. Okay, das war gerade sehr, sehr schlecht. Oh, drei Parfels, denn die können uns wirklich helfen, gerade. Ich werde die abkürzigen nicht nochmal benutzen, weil ich die überhaupt nicht heben bekomme. Weil ich einfach nur praktisch bin. Den Spurschack, ganz schön. Nein, da hat mich die dumme Kuh da nochmal mit dem Power-Pilz durch die Abkürzung geholt. Die Hupe bringt, um ganz genau zu sein, nichts. Ich werde die abkürzigen. Und da ist es ein kleiner E-Mail. Okay, Rosalina, 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 Rosalina. Und nochmal Rosalina. Läuft bei denen. Läuft bei denen. Die sind so eklig, die ist wie für Lieben. Die sind so eklig. Eklig, nicht? Eklig. Was haben wir denn? Ihr stoppt auch mit einer Wüste, Gruselwüste, Mario Pest, ich mag alle nicht. Der sieht für mich relativ komisch aus und der hier ist aber der von... ...diese scary... Ich hab Scary Movie kaum geguckt, das ist sowas lustige. Weil ich hab mal vor... Ja, Geständnis, ich hab Scary Movie nicht geguckt. Nur ein paar Ausschnitte. Und die waren eigentlich nicht so lustig, ich hab das immer verpennt. Und wir fahren diese Strecke. Das ist Wunderbärchen. Wer heißt denn der Kerron? Man wusste... The NS Ken Niederländer. Aber punkte als ich. Warte, war das nicht mal 2000? Leer dich nicht. Ich hab doch kleine Beile und lass dich doch alle in Ruhe. Und ich bashe euch alle weg. Ist leider nicht so geil, das macht euch ein Stück. Ich habe passar schon abenteuerse. Oh du und dein painting . Freut mich freut mich der Gesäle! Ich hab unseren gebanert! In 1898 machen. Ich hab unser dunkel gebanert! Was denn出来 von... Ich hab mein gewonnen. Es gibt natürlich ... Ein 살�eves für seine jug coop. Hier steht von was der upwarde. Was hab ich denn jetzt getroffen? Ich verschöße. Krieg ich Windschatten? Ich muss Windschatten bekommen. Dankeschön. Du brauchst eine Zwelle. Du brauchst eine kleine Fade, die ich hatte. Aber das ist jetzt eine sehr gute Akutur, aber ich hab keine Ahnung. Bäm, Alter, wir sind zwei da. Bitte. Also nicht Speed Ausländer zu machen, bekommen. Da bringen wir jetzt nichts. Ich will keine Faden kriegen. Ich will keine Faden kriegen. Ah, dritte. Man muss sagen, die letzten beiden Rennen waren jetzt nicht so schlecht für uns. Das muss man ja sagen. Und das find ich auch sehr, sehr geil. Willkommen auf der 2.0. Und bin vorbei. Blablabla. 2000er. Das find ich auch sehr, sehr geil. Muss ich schon sagen. Da waren drei Rennen, muss ich euch sagen. Ich sag grad schon oft gerade, das muss ich euch sagen. Da muss ich euch sagen. Aber drei Rennen. Das heißt, wir beenden diesen Part. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.